Lieber Freund, diese Nachricht ist ausschließlich für Sie bestimmt und wird äußerst wichtig sein, um die kommenden Monate optimal zu nutzen. Es ist von entscheidender Bedeutung, sich der bevorstehenden Veränderungen bewusst zu sein und sich darauf vorzubereiten, Ihnen positiv und konstruktiv zu begegnen. Ihre Engel sind an Ihrer Seite und helfen Ihnen, diese Übergangszeit mit Weisheit und Zuversicht zu meistern. Es ist üblich, von Zeit zu Zeit seltsame Träume zu haben, die noch lebhafter sind, als wir uns vorstellen können. Allerdings vergessen wir sie oft, wenn wir aufwachen, weil uns wichtige Details entgehen. Wussten Sie, dass der Kosmos versuchen kann, durch Träume mit uns zu kommunizieren? Es ist wichtig, auf die Signale zu achten, die wir im Schlaf empfangen, da sie wertvolle Botschaften über unseren emotionalen Zustand, Herausforderungen und zukünftige Chancen enthalten können. Wenn Sie jemals von wiederkehrenden Ereignissen oder sich wiederholenden Symbolen geträumt haben, kann es sein, dass es sich dabei um mehr als nur einen Zufall handelt. Beachten Sie Muster in Ihren Träumen, da diese möglicherweise versuchen, wichtige Botschaften zu übermitteln. Träume spiegeln oft unsere tiefsten Wünsche, Ängste und Sehnsüchte wieder. Durch die Analyse dieser Muster können wir wertvolle Erkenntnisse über uns selbst und den Weg, den wir in unserem Leben gehen, gewinnen. Das Universum kommuniziert auf vielfältige Weise, oft durch Ereignisse, die wie Zufälle wirken. Denken Sie daran, dass es keine wirklichen Zufälle gibt, jedes Ereignis in unserem Leben hat einen Zweck und eine Bedeutung, auch wenn wir es nicht sofort erkennen. Indem wir offen und empfänglich für Signale aus dem Universum bleiben, können wir uns tiefer mit unserer eigenen Reise verbinden und neue Möglichkeiten für persönliches Wachstum und Entwicklung entdecken. Synchronicität spielt auf unserer Reise eine wichtige Rolle. Seien Sie sich der Zeichen und Symbole bewusst, die in Ihren Träumen und in Ihrem Alltag auftauchen. Obwohl diese Zeichen klein und unbedeutend erscheinen mögen, können Sie einen erheblichen Einfluss auf unser Leben haben, wenn wir lernen, sie richtig zu erkennen und zu interpretieren. Unterschätzen Sie nicht die Kraft Ihrer Träume. Sie können eine reichhaltige Quelle der Weisheit und Führung sein. Seien Sie geduldig mit sich selbst, während Sie versuchen, sich an Ihre Träume zu erinnern und sie zu interpretieren. Mit der Zeit werden Sie darin immer geschickter. Wenn Sie Ihre Träume regelmäßig in einem Tagebuch festhalten, können Sie Ihre Fähigkeit entwickeln, sich an Ihre nächtlichen Erlebnisse zu erinnern und sie zu verstehen. Darüber hinaus kann die Offenheit für den Prozess der Interpretation Ihrer Träume zu tiefgreifenden und transformativen Einsichten in Ihr Leben und Ihren Weg führen. Steinwächter können in Ihren Träumen ein wichtiges Symbol darstellen. Sie sind Boten des Universums und weisen Sie auf wichtige Wege auf Ihrer Reise hin. Indem Sie auf diese Symbole und den Kontext, in dem Sie in Ihren Träumen erscheinen, achten, können Sie ein tieferes Verständnis der übermittelten Botschaften erlangen. Glauben Sie an Ihre Intuition und die Zeichen, die Ihnen das Universum sendet. Sie können Sie in die richtige Richtung führen und Ihnen helfen, Ihr wahres Potenzial auszuschöpfen. Indem Sie Ihrer Intuition vertrauen und offen für Botschaften aus dem Universum sind, können Sie sich besser mit Ihrer inneren Weisheit verbinden und den Weg zur Erfüllung und Glück finden. Ignorieren Sie nicht die Signale und Impulse, die Sie erhalten. Sie könnten der Schlüssel zur Erschließung Ihres Schicksals und zur Erfüllung Ihres Lebenszwecks sein. Seien Sie offen für positive Veränderungen in Ihrem Leben, lassen Sie destruktive Muster los und folgen Sie Ihrem außergewöhnlichen Schicksal. Sie haben die Macht, Ihr Leben zu verändern und die Zukunft zu gestalten, die Sie sich wünschen. Indem Sie sich von negativen Mustern befreien und neue Chancen ergreifen, können Sie den Weg in eine erfüllteere und erfüllteere Zukunft einschlagen. Vertrauen Sie sich selbst und dem Universum, Sie auf Ihrem Weg des Wachstums und der Transformation zu begleiten. Seien Sie offen für Ihre Führung und befolgen Sie Ihre Ratschläge mit Zuversicht und Dankbarkeit. Mit seiner Hilfe können Sie Herausforderungen meistern und große Höhen in Ihrem Leben erreichen. Entwickeln Sie eine Geisteshaltung der Dankbarkeit und Großzügigkeit. Seien Sie wann immer möglich freundlich und wissen Sie, dass Ihre Handlungen einen nachhaltigen Einfluss auf die Welt um Sie herum haben. Das Universum wird Ihre Freundlichkeit mit Fülle und Wohlstand vergelten. Seien Sie auf eine wichtige Nachricht im nächsten Video vorbereitet. Das Universum hat Ihnen viel zu sagen, Sie müssen nur offen zuhören. Achten Sie auf die Zeichen und Synchronicitäten, die in Ihrem Leben auftreten, da Sie wichtige Botschaften über Ihren Weg und Ihr Schicksal enthalten. Seien Sie empfänglich für die Segnungen und Möglichkeiten, die auf Sie warten.